So kann jeder Schuldner seine Schulden regeln. Überwinden Sie die Existenzangst, die Sie wegen Ihrer Schulden quält. Entkommen Sie der Schuldenfalle mit meinem Ratgeber die Macht des Schulders. Dieses Buch beweist, Sie können Ihre Schulden ganz alleine loswerden. Sie brauchen keinen Schuldnerberater. Und Sie brauchen erst recht keine entmündigende Privatinsolvenz. Aus gutem Grund ist dieses Buch ein echter Bestseller. Denn mit diesen Methoden haben schon tausende von Schuldnern eine tragfähige Lösung für Ihre Schulden gefunden. Selbst wenn sich der Gläubige anfangs noch so quergestellt hat, auch Sie können es schaffen, dass Sie dabei noch nicht einmal all Ihre Schulden komplett mit Zinsen und Zinseszins ausgleichen müssen. Durch die Macht des Schuldners lernen Sie die Techniken kennen, mit denen Sie jeden Gläubiger besänftigen können. Erhalten Sie praxisbewährte Musterschreiben, mit denen Sie Vollstreckungsmaßnahmen und Gerichtsvollzieherbesuche verhindern. Bekommen Sie Zugriff auf Methoden, durch die sich Ihr Gläubiger bereitwillig auf Ratenzahlungen einlässt. Bringen Sie sogar große Banken und Sparkassen dazu, einem Vergleich zuzustimmen, durch die Zahlung von höchstens 25% der tatsächlichen Summe, um Ihre Schulden regulieren zu können. Viele Gläubiger geben sich sogar mit nur 5% zufrieden. In der Macht des Schuldners können Sie genau nachlesen, wie ich einen Schuldenberg von knapp 2,36 Millionen Euro aus der Welt geschafft habe. Weit über 70 bis 80 Gläubiger musste ich dazu zu einem Vergleich bewegen. Um die Schulden vom Tisch zu bekommen, habe ich allerdings insgesamt nur minimal über 126.000 Euro tatsächlich bezahlen müssen. Das sind gerade mal 5,35% meiner Schulden. Und diese Vergleichssumme habe ich überdies in bezahlbaren Raten abtragen können. Was ich konnte, können Sie auch. Setzen Sie mein Schuldnerhandbuch, die Macht des Schuldners, wie eine Blaupause für sich ein. Ich verspreche Ihnen, damit werden auch Sie so phänomenale Vergleiche zwischen 5% bis 25% Ihrer aktuellen Schulden aushandeln. Sie erhalten kostenlos auf CD-ROM oder im Paketzet beim Download alle Werkzeuge. Den wichtigen, für Sie ebenfalls sehr nützlichen Schriftverkehr, die im Buch beschrieben sind. Mit diesen Voraussetzungen bringen Sie jeden noch so störrischen Gläubiger zur Einigung. Weitere kostenlose Informationen über das Buch Die Macht des Schuldners finden Sie auf der Erfolgs-Online. Ihr Wolfgang Rademacher Und denken Sie daran, niemals aufgeben, selbst wenn Ihnen das finanzielle Wasser bis zum Halse steht oder Sie die erste Welle schon geschluckt haben. Bleiben Sie stark!